Aua, hab schon die Englein singen hören. Das ist wohl unnötig. Ähm... Da! Nee, ich will mit Shank... Nee, nicht mit Shank, sondern mit Biff reden. Ja, hier? Ein dämlicher Punkt. Ja, aus nächster Nähe soll sich das klappen. So, wo haben wir Granaten? Da, da! Okay. Da! Bin bereit? Yes! Das sind neun Punkte. Wir sollten lieber schießen. Japp. Hm. Da, da! Igua, da war Feuer? Da war Feuer nix gut. Einfach so zu ballern, ist auch nicht gut. Yep. Ja, komm, Schickau. Auui! Auui! Hm. Bin bereit? Fuchs zwei Meter zurück. Und daneben schießen. Yes! Yep. Da, da! Ja! Yep! Okay. Aber was machen wir hier? Ja. Ja. Die Vieh geht's gerade erst schlecht. Ja. Ja, hier. Da, da. Na gut, Nahkampffieh. Sind beides Nahkämpfer, wie's aussieht. Hilfe! Ruhe! Alles Nahkämpfer. Ja gut, Artillerie, Viecher, sind weiter hinten. Auui! Nicht dein Ernst. Ja, hier. Gut, Büff. Du hast nix mit Dauerfeuer. Letzter Schuss. Weißt du was? Nimm mal die Schrotze. Die macht auch nicht mehr Damage. Yep. Komm schon auf die Distanz, wirst du wohl treffen können. Ja. Eins weniger. Es sind noch mindestens drei. Das ist ein großer Schritt für die Menschheit. Auui. Da. Ivan, Gerst, ist euch raus. Und noch einer weniger. Gut, die Beste ist dort. Mein Onkel ist stolz der familiär Dolvitsch. Das freut mich. Nein! Flo, geht doch nicht in... Geht doch aus dem Weg. Bin bereit? Fox. Fox. Auf die Distanz zu ballern, könnte tödlich für uns enden. Das war's dann wohl. Okay. Yep. Shank, du darfst nochmal? Nö. Und da. Ist auch Dings tot. Äh. Einfach schrecklich. Flo, du warst so... Französisch. Und der Schil, ja. Du warst mein Mauerblümchen. Wenn ich nicht solche Angst vorm Sterben hätte, würde ich jetzt ein Gedicht für dich schreiben. So ein Scherzkeks. Ja. Ja, das sind die Moral. Ja. Na komm, weiter ballern. Ja. Und wer mit dir... Da, da. Hey. Gewehr muss nachgefüllt werden. Meinst du? Gewehr muss nachgefüllt werden. Yep. Hört auf die Distanz mit dem Feuerstoß. Tödlich. Absolut tödlich. Da ist was. Ja, hier. Biff. Na, guck dir mal einer an. Okay. Nee. Gut, er trifft zumindest nicht. Ich brauche Versteck. Ach, Quatsch. Du, nix Versteck brauchen. Das jetzt auch noch Flo verloren haben, war jetzt wirklich sehr ärgerlich. Ja. Ja, erst machst du solche raus. Und dein gesamtes Magazin in die leere Ballern. Das ist immer gut. Da, da. Ja. Fox. Alles wird wieder gut. Ja. Ihr Leute müsst euch nur zusammenreißen, dann wird das schon. Bingo. Boah, es stinkt wie im Kuhstall. Witt. Es stinkt wie im Kuhstall. So, sammeln wir dann mal die Sachen von Dings ein. Von Flo. 100 Prozent. Mehr geht nicht. Hier war noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Da musst du dir die Mini-Andich. Und die MP5. Ich nehme die Schutzweste mal mit. Den Erste-Hilfe-Kasten, den Stahlhelm lassen wir liegen. Den Spass lassen wir auch mal liegen. Hm, oder nehmen wir es jetzt auch mit? Hi, Viro. Was sagst du dazu? Hat der Stahlhelm von irgendjemandem schon gelitten? Er schenkt sich alles nichts. Und dann können wir weiter marschieren. Wir haben hier vielleicht irgendwo noch einen Reginary-Boost. Nee, nur Energy-Boosts. Diese Hallenkäfer schlafen hoffentlich gerade. Oh, guck mal. Munition. Da ist was. Leuchtstäbe, Hohlspitz-Zeugs. Ja, da haben die wohl irgendwie eine Dardana-Patrouille erwischt. Oh, gut. Ja. Ja, genau. Okay. Nein. Ja, ja. Schenk, du gehst hier rüber. Ja, hier. Ja. Okay. Ivar, du gehst hier rüber. Ja, hier. Giff, da rüber. Yes. Ja. 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 Ja, die Moral von Fox, die gefällt mir mal gar nicht. Ja, die Moral. Hm. Na, komm. Nein, nicht zum Sektor gehen. Oh, wir hätten das mal durchladen sollen. Okay. Muss hier wohl jemand von euch durchladen? Ja, hier. Okay. Yep. Hm. Lad mal vorsichtshalber durch. Okay. Besser die als ich. Ach, Klappe-Büff. Die Leute sind manchmal ein bisschen anstrengend, ne? Okay. Okay. Okay, ist gut. Okay. Hier stinkt es genauso wie im Knast. Okay. 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 Hörst du dich ja wie zu Hause, Dynamo, oder? Ach, ich höre. Gibt es hier Gegner? Ja. Ach, ich höre. Äh, äh. Geräusch. Hey, du. Schreckliche Bestie. Da. Oh, es sind sogar zwei. Immerhin zwei Treffer. Hm. Da, da. Uiuiui. Ich höre, du triffst nicht Ivan, oder sonst noch irgendjemanden. Naja, Hauptsache, du triffst irgendetwas. Ja, hier. Biff, du gehst hier rüber. Nicht auf Ivan schießen, hörst du? Ach. Noch weil ich gesagt habe, nicht auf Ivan, dann sollst du auch nicht auf Fox schießen. Yep. Hm. So, die Leute sind ja richtig anstrengend, ne? Biff, 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 biff. Das sind noch mehr. Sehr unerfreulich. Ja, sehr unerfreulich, da gebe ich dir recht. Japp. Da. Ivan, hier weiterballern. Hm. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze. keit. 머릿ante. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.